Und der lebt hier? Mutaro oder wie der ist? Keine Ahnung. Matutero. Ja ja. Ja, irgendwo ist ein Auto. Irgendwo im Sumpf ist ein Auto. Das ist auf jeden Fall gut. Ja. Trifft sich. Ah ja, wir fahren hier in so ein Schnellreise-Ding. Ja, aber ist noch nicht aktiviert. Scheiße, stimmt. Also wir müssen erstmal die Mission wohl noch machen. Wir können ja erstmal hier reparieren. 11.000. Das klingt nach nem Plan. Ja. Wie viel Geld habe ich denn? 14.000. Ich sammle schnell noch die andere Mission ein. Die Spaltaxt ist ganz praktisch gewesen. Mit der Sichel, es geht. Ich hätte gedacht, die wäre schlechter gewesen. Ja die Sichel war, na die runde Sichel war eigentlich ganz gut, ja. Hä, hier hat er eben einer Hilfe gerufen. Ich hab gar nicht mehr so viel Nahkampfwaffen. Warum komm ich hier nicht hin? Da ist irgendwas. Ach hier ist die, Alter. Da ist nichts. Ich hab' da. Wunderbar. Ich hab' da. Das ist gående. Herzig. Danke. Er hat ein Medikament. Blut in den Tropen. Vielleicht haben wir ja hier oben auch noch mal was. Ah hier ist auch noch irgendwo eine Mission. Hier, was sitzt denn der hier? Kienenfischer, Junge, alte Hütte. Eine Bratpfanne, okay. Ja, das ist doch die, die ich gesagt habe da. Bringt uns aber, glaube ich, nichts. Ja, Verzonger ist, kannst du mit dem Braten. Da hinten ist auch noch was, da wollte ich jetzt mal hingehen. Schatzjäger, eine Herausforderung freischalten. Juhu. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ich bin zu doof dazu. Hier, ja genau, da oben wollte ich kurz, oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, scheiße. Eine Eule im Dschungel. Eine Eule? Ja, ich habe gerade so, oh, oh, oh. Ein Kuckuck. Ein Kuckuck. Kuckuck. Okay, da kommt man nicht rein, aber hier oben sind nämlich auch noch zwei Missionen zum annehmen. Moins und Kata. Scheiß drauf, nehmen wir an. Oh, Bauplan gibt es dafür, wenn man die Mission hier erfüllt. Das ist doch schon mal, oh, ein Ausweis hier oben. Oh. Hier oben in dieser Hütte. Ah, warte, guck mal. Aber es ist richtig cool, macht ja, so die Hütten und dann die Verbindung dafür. Ja. Und hier ist auch noch irgendwo eine Mission. So, wo war der Ausweis? In dieser Hütte, wo ich gerade war. Hast du? Hab ich schon, ja. Alles klar. So. Nahrungsmittelkonserven, bitteschön. Bitteschön. Alter, da gibt es immer Gewehrmunition für, krass. Habe ich jetzt, habe ich jetzt was für mein Gewehr? Warte mal. Äh, I. Äh, Inventar. Ähm, 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 ähm. Automatisches Gewehr. Hier, welches ist denn stärker? Das hier? Oder das? Das ist stärker. Dann ziehe ich das da mal hin, so. Nice, ich habe 90 Schuss. Er hat 90 Schuss. Auf seine Knarre. Jetzt läuft richtig, Alter. Jetzt läuft's richtig. Vor allem langsam müssten wir doch noch mehr, ähm, Menschen als Gegner bekommen, weil die Munition bringt bei den Zombies ja nicht so unbedingt viel, ne? Ja. Außer man wirklich auf den Kopf zielt, ne? Na gut, wenn sie so einen Helm anhaben, bringt das auch nicht viel. Ja, das ist das Problem. Vielleicht dann lieber in eine Bene schießen und dann, dass sie hinfallen und dann. Ja. Weil ich habe ja so einen Move, weißt du, wenn sie auf dem Boden liegen und keine Ausdauer haben, dann kann ich gleich den Kopf zermatschen, egal wie viel Energie sie noch haben. Okay. Also, somit sind sie immer gleich tot. Aber die müssen halt liegen, ne? Ja. Sonst bringt das mir nischt. Schauen wir hier hoch, oder was? Wo war es denn hier ab? Ja, müssen wir wahrscheinlich, sonst kommen wir. Sieht schon fett aus, ja? Kann man schon nicht meckern. Geil, wenn man so einen Sniper irgendwie hätte, ne? Hier ist noch so ein Koffer. Soll ich öffnen? Ja, mach mal auf. Guck mal, was drin ist. Anrichtend, sichel, was nehme ich? Okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Oh, ein Appel. Alles klar. Fliegst du erst mal weg. Explosieren wir mal zur Hälfte. Ah, das ist ein Digger. Wir brauchen mehr Medi-Kids benutzen. Da kommen wir doch schon mal eine ganze Ecke leichter hin. Durchs Leben. Ach, hier ist eine Leiter drin. Aha, jetzt verstehe ich. So, auseinandergenommen. Oh, was sind das hier? Standmäßiger Hammer. Ach so, Schraubstuhlsonen. Hammer. Brauchen wir glaube ich nicht. Können wir den Bambus hier kaputt machen? Aber meinst du, Zombies würden so was machen hier? Hier ist ja irgendwas andere drin gegangen. Hier ist irgendwas faul. Ich glaube, ich nehme mal wieder zur Sicherheit erst mal eine Waffe in die Hand. Ja. Und nochmal eine Frucht, die man hier snacken kann. Oh, oh. Zwischensequenz. Oh, oh. Nein, neue Feinde. Was ist das denn? Neue Monster. Was ist das? Guck mal, der hat ja keine Arme mehr. Nur so eine Stumpen. Das ist bestimmt ein Endboss. Alter, was ist denn mit dem nicht richtig? Nein, ich habe ja eigentlich auch keine Bock. Bleib da hinten. Bleib da hinten. Geh weg. Ah. Der ist da? Schlechter. Ach man, jetzt haben wir nur einen neuen. Hau ab, Mann. Der kommt immer näher, der Typ. Oh, oh. Alter, was ist denn mit dir? Bist du denn behindert, Mann? Ah. Das ist dauernd. Ne, ist er nicht. Jetzt. Ey, wenn es jetzt noch mehr solche kommen, ja. Die sind ja voll heftig drauf. Ja. Die halten richtig viel aus. Ich nehme erst mal mein Gewehr wieder. Das war echt ganz clever, bei denen auf Distanz zu bleiben. Alter, was ist denn hier los? Ist da noch was? Ne, hier. Guck mal. Ich komme zurück. Alter. Ich weiß nicht, ob man hier rin kommt. Das sieht nicht so aus. Aber hier ist noch ein Korb. Durchsuchen. Ein bisschen Geld. Ein bisschen Verlüchte. YouTube-Money. Ja, ja. YouTube-Money. Hat er alle Ippel weggefressen. Ja. Oh, da ist so ein... Oh. Hier, der war Bahn. Der hat sich waschen. Ich glaube, bei dem bringt es mehr, wenn man da mit der Sichel einfach so... Zack, 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 zack. Tot. Macht er das. Ohi, der schwimmt. Ohi. Was? Wie das einfach aussieht, wenn diese Leiche da schwimmt. Ja, die Eingeweide sind ja raus bei dem. Immer. Ist ja ekel. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, nicht dahin. Wir müssen weitergehen. Okay, dann. Deswegen sage ich, ja, Gewehr wieder in die Hand. Man weiß ja nie, was jetzt gleich auf uns zugelaufen kommt. Die Schlechter sind schon krass irgendwie, ja? Ja. Hier liegt auch irgendwas. Schön, was die dann machen, wenn sie keine Arme mehr haben, ne? Ja. Die spitzen sich ihre Knochen an. Oh, oh. Oh, Alter! Ich hab's nur so, so... Hecheln gehört und dann steht der auf einmal auf und greift mich an. Okay, meine Sichel ist kaputt. Äh, doch, ja. Da nehme ich halt die primitive Sichel. Die primitive. Oh, wir sind ja bald da. Okay, jetzt müssen wir hier hoch. Krass. Warte, wie viele zwei Waffenkisten? Ach, das ist doch das, was man hier verteidigen musste, oder? War das nicht so? Nein, das Verteidigen, das ist ein Riptile. Achso, okay. Ja, aber ein Auto wäre nicht mehr sch... Ein Auto wäre ja nicht... Ach, da stehen ein paar Autos. Aber die können wir wahrscheinlich nicht nehmen. Nee. Aber jetzt was zum Öffnen. Ist das ein Messer? Also ein Auto wäre ja nicht schlecht jetzt, ja? Hä? Oh, shit! Genau das meine ich, Gegner. Naja. Scheiße. Ah, jetzt wäre so ein Sniper wäre es gut, ja? Das ist ja mega. Das ist doch ein Schrot, Finte. Nimm die. Eine Waffengiste. Wo soll man die mit... Wo soll man den hinbringen? Ich lasse die jetzt erstmal... Ich will sie wegschmeißen. Kann ich die nicht wegschmeißen? Scheiße! Ich kann sie nicht wegschmeißen. Hilfe! Ich kann die Scheiße nicht wegschmeißen. Ja, ich sehe es schon. Doch. Du Pisser, Alter. So. Von wo? Die sind hier überall. Ich sehe die rein nicht. Da ist er. Wo? Oh, direkt da. Tot ist er. Ah, da kommen noch Dreier. Scheiße. Scheiße. So, der ist tot. Der ist jetzt auch tot. Hallo, stopp doch. Nö, ihr schießt ja, ihr Pisser. Ja, wir sind ganz friedlich gekommen. Ihr habt zuerst geballert. Ihr Affen. Eben. Das sind zwar Soldaten, aber warum greifen die uns dann an? Ja, wir fragen mich auch. Wie viele sind denn das? Die bringen die gar die ganzen Leute um. Komm mal hierher, wo ich bin gerade. Hier ist noch ein Gewehr, was du auch hast. Vielleicht kannst du die Munition mitnehmen. Scheiße, Alter. Ich habe Angst. Oh nein, hier stehen hier Zombies auf. Warum, warum stehen hier? Oh, oh. Wo? Wo denn? Warte, kommen gleich wieder. Warte. Wir müssen erst mal die. Der Kopf ist ab. Hier drinne, oder was? Ja, in den Koffer. Das ist ein Einzelschussgewehr. Das habe ich. Ich kann das Ding mit. Willst du die Waffe haben? Ne, ne, will ich nicht. Willst du nicht? Dann nehme ich sie. Ich dachte, ich könnte es die Munition nicht brauchen. Ne, leider nicht. So. Kommen immer mehr jetzt, oder? Oh nein. Habt ihr stehen. Einer ist tot. Was haben die denn für Probleme? Noch einer ist tot. Noch einer ist tot. Ich gebe denen allen Headshots. Aber wir müssen mal durch die Reichen laufen. Wegen Munition. Ja, ja. Pistolen Munition bringt mir jetzt aber nicht sehr viel. Kann ich die nicht aufsammeln? Natürlich nicht. Ich höre schon wieder irgendwo Leute anlaufen. Hinter dir ist auch jemand. Oh. Militärischer Komplex. Alles klar. Kraftlos-Pistole. Okay. Pistole-Schock. Okay. Ja, die habe ich kennengeschmissen. War vorher meine. Alles klar. Aber was sollen wir denn mit den Waffenkisten machen? Na, die sollen wir da hin... Hast du irgendwie jetzt in der Hand? Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, shit. Nein. Affen. Alles Affen. Wo soll man die denn hinbringen? Ach, die soll man weiter liefern. Ja. Ja, dann hol man die von der anderen Seite wieder. Irgendwo. Ja, aber ich finde, das ist doch voll scheiße. Ja, irgendwie ja, ne? Weil halt kein funktionierendes Auto ist. Und Ena... Achso, Ena muss den anderen beschützen anscheinend. Wieso? Na, weil du kannst ja nicht schießen. Und hier kommen andauernd Zombies. Ja, ja, schmeiß sie weg. Oder du bleibst einfach bei mir. Ich habe aber noch 13 Schuss, Alter. Ich bringe zwei Waffenkisten. Deswegen nimmt sich jetzt jeder eine Kiste und los. Achso, du hast da auch eine, okay. Aber ich höre schon wieder irgendwas. Guck mal, ob hinter mir er ist. Guck mal, ob hinter mir er ist. Da kommt einer, da kommt einer. Wer weg, los. Das wird ein Spaß. Aber wie weit müssen wir denn gehen? Ja, das ist die Frage. Warum nehmen wir nicht selbst so eine Waffenkiste? Warum nehmen wir das Auto nicht, was hier steht? Weil die kann man damit fahren, ne? Warte, doch, mit dem schon. Ernsthaft? Ja. Können wir die Dinger hier einlagern? Die kaufen wir doch. Ja, nice. Kannst du die eine auch noch packen? Ja, warte. Die klappt dann noch in. Den haben wir wenigstens wieder. Dann können wir schon mal... So gut, dann steige ich mal ein. Mit Auto ist doch viel besser, Alter. Jawoll. Bist drin? Ja. Okay. Dann brauchen wir nicht da... Ey, guck mal, wir müssten da hinlofen, Alter. Das wäre viel zu weit. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt ist. Na, 400 Meter. Ne, 400 Meter, da ist noch so eine Kiste. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt ist.